Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BWL-Podcasts. Heute wollen wir mit euch über die allerbesten Erfolge vom Monat November von unseren Coaching-Teilnehmerinnen und Teilnehmern sprechen. Mein Name ist David Döbele, neben mir sitzt Jonas Steg. Jonas, kannst du uns eine ganz kurze Einordnung geben für die ganzen neuen Zuhörerinnen und Zuhörer, was wir machen und um was für Erfolge es jetzt gleich geht? Sehr gerne. Wir haben zusammen vor mittlerweile fast vier Jahren die Pumpkin Careers GmbH gegründet und sitzen heute mit 15 Mitarbeitenden, wie man vielleicht sieht, relativ zentral hier in Frankfurt. Und was wir machen ist, wir helfen ambitionierten Studierenden auf den Weg zu entsprechenden Jobs, vielfach in der Wirtschaft mit einem besonderen Fokus dann zum Beispiel auf das Thema Strategieberatung, Investment Banking, Private Equity. Haben aber auch immer wieder Leute dabei, die so ambitioniert sind und dann in andere naheliegende Bereiche gehen wollen, sei es jetzt Konzern, Startup, aber auch ganz andere Dinge wie Anwaltskanzleien oder sowas in die Richtung. Und genau, haben da auch sehr viele Firmenpartner aus dem Bereich, arbeiten mit einigen Hochschulen aus dem Bereich enger zusammen. Und ja, haben praktisch tausend aktive Teilnehmende und von denen bekommen wir natürlich regelmäßige Erfolgsmeldungen. Das ist natürlich immer jedem selbst überlassen, was er oder sie da teilen möchte. Aber wir teilen im Rahmen von diesem Podcast einmal im Monat anonymisiert so die besten, coolsten Stories. Gehen auch immer so ein bisschen darauf ein, was sich sonst so bei uns getan hat im Rahmen des Coachings. Und ja, dann würden wir auch einmal schon starten. Vielleicht kurz bevor wir zu den Erfolgen kommen, was sich sonst so getan hat. Also wir haben jetzt die neue Runde Meetups eingeleitet. Das heißt, bei uns ist es so, dass man typischerweise in den meisten deutschen großen Städten Zusammenkünfte hat von Teilnehmern von uns, die sich kennenlernen können, die vielleicht an unterschiedlichen Hochschulen studieren und sich so super ein Netzwerk aufbauen können. Weil was zu verstehen muss bei uns sind wirklich über tausend super ambitionierte Personen beisammen. Da bilden sich super viele Freundschaften, aber das ist auch sehr klar natürlich, wenn man das in der langen Frist sieht, wie viel das positive Auswirkungen eigentlich auf so eine Karriere haben kann. Das ist natürlich etwas, was wir auch sehr aktiv fördern, sei es mit dem Meetup, sei es mit den Kickoffs, wo jede Person, die im gewissen Monat bei uns startet, auch direkt an der Veranstaltung teilnehmen kann hier bei uns im Büro und die sich auch da schon besser kennenlernen können. Und ja, dann würden wir mal loslegen mit den ersten Erfolgen. Genau, legen wir mal los. Jetzt ist natürlich, sag ich mal, von der Jahreszeit November, draußen wird es langsam kalt, die Tage werden kürzer. Da ist es nicht die Phase, wo man jetzt irgendwie gerade Klausurergebnisse bekommt, sondern es ist die Phase, wo man sich jetzt gerade die Praktika fürs nächste Jahr sichert. So, und nicht nur unbedingt für ein Praktikum jetzt nach dem Wintersemester, sondern vor allem auch für den Sommer 2024, da sprudeln gerade die Zusagen rein. Wir haben da sehr, sehr viele, sehr gute Erfolge diesen Monat bekommen. Es geht irgendwie los mit Leuten, die noch Praktika bekommen haben, beispielsweise nach dem Wintersemester, irgendwie jemand nach dem dritten Semester von der Uni Köln bei einer Tier-3-Strategieberatung beispielsweise. Und dann geht es eigentlich schon los mit den Leuten. Natürlich ab und zu noch Leute bei kleineren Playern irgendwie für ein sehr starkes erstes Praktikum nach dem ersten Semester, sei es jetzt im M&A, im Audit oder in der Unternehmensberatung, Restrukturierungsberatung etc. Und dann kommen allerdings auch die Zusagen für sehr starke Praktika für den Sommer. Das sind Leute, die irgendwie nach dem zweiten Semester hier beispielsweise, von einer Person, die auch nach dem ersten Semester schon ein sehr gutes Praktikum bekommen hat, die an der Target-Uni studiert, die jetzt nach dem zweiten Semester auch bei einer Tier-3-Beratung ein Praktikum bekommen hat, was natürlich dann ein super Fundament liegt, mit entsprechenden Noten sich dann nach dem dritten, vierten, fünften Semester bei den absoluten Top-Strategieberatungen bewerben zu können. Genau, das ist natürlich was, was auch häufig mit Fleisch, wo so Netzwerkaufbau und so weiter was sein kann, was dann ein positiver Faktor. Faktor ist aber, dass, was dann viele Leute den Fehler machen, ist, dass sie ja sagen, dass das irgendwie durch die Eltern schon gegeben sein muss oder sowas. Nein, man kann sich das auch währenddessen aufbauen, so wie die Person das auch gemacht hat, indem man zu Veranstaltungen geht. Auch da geben wir ja vielfach entsprechende Tipps, wie man sich da verhalten kann. Was vielleicht Themen sind, die man vorbereiten kann und so weiter, um auf so einer Veranstaltung auch direkt zu überzeugen und dann im Interview zu landen und natürlich idealerweise am Ende auch die Zusage zu bekommen. Das zum Beispiel hat bei dieser Person praktisch im gesamten Prozess sehr, sehr gut funktioniert, dass sie praktisch ganz gezielt diese Veranstaltung aufgesucht hat, weil wir das auch immer empfehlen. da auch mit uns vorher gesprochen hatte, was es dann zu beachten gilt und so weiter und so fort. Wenn man das das erste Mal macht, ist man da ja auch vielleicht noch ein bisschen unsicher und dann gezielte Interviewvorbereitungen und dann hat das auch funktioniert. Und das ist dann natürlich so diese Erfolge, wo du dann denkst, oh, das ist ja krass, die Person hat das vielleicht über die Eltern gemacht und so weiter und so fort. Nee, das passiert sehr oft dann nicht. Genau, dann, wenn wir weitergehen, Anfang, Mitte November gab es irgendwie zwei Leute, die auch geschrieben haben, dass sie eine Zusage bekommen haben für ein sehr gutes Praktikum im Audit vor dem Studium. Also auch wenn du gerade Schüler bist, machst nächstes Jahr, also 2024 dein Abitur, dann ist jetzt eigentlich auch der Zeitpunkt, wo man sich das Praktikum vor dem Studium sichern sollte. Wenn man da irgendwie erst nach den Abiprüfungen sich drum kümmert, im April oder Mai oder so, dann wird es sehr schwierig werden, weil dann die sehr guten Schülerpraktika halt alle schon besetzt sind. Und dann kamen jetzt diesen Monat auch ein paar Brecher irgendwie mit Leuten, die bei BCG beispielsweise Offers bekommen haben, bei Roland Berger, ich glaube bei McKinsey ist auch jemand von uns reingekommen diesen Monat. Das heißt, das sind dann natürlich Erfolgsmeldungen, die inzwischen immer mehr werden, weil ich meine, die meisten kommen schon recht am Anfang vom Studium irgendwie zu Pumpkin und uns gibt es jetzt seit vier Jahren so, das heißt so langsam, aber sicher kommen die Leute dann auch, sind die Leute dann auch, sage ich mal, in dem Alter, wo sowas dann ja immer mehr die Regel sozusagen wird. Da haben wir dann ja auch die entsprechenden Programme, die Track-Programme, mit zum Beispiel dem Patrick, ehemaliger McKinsey-Berater, der da selber auch Interviews geführt hat bei McKinsey, der unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer schon seit weit über einem Jahr mehrmals wöchentlich auf solche Top-Strategie-Beratungsinterviews vorbereitet. Da haben wir den Julian, der selber im Private Equity arbeitet, seit einigen Jahren davor auch Investmentbankerfahrung gesammelt hat bei der UBS und bei der Bank of America, der mit den fortgeschrittenen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sich dann auf diese IB und Private Equity Internships sauber vorbereitet. Da haben wir den Martin, der ist ein hochrangiger Mitarbeiter von Strategy & in den USA, war davor auch mal bei BCG beispielsweise, hat auch Konzernkarriere-Erfahrung gesammelt und der bereitet unsere fortgeschrittenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann auf diese Praktika nochmal explizit drauf vor, dass sie da richtig gut performen, weil er natürlich genau weiß, auf was achtest du als Vorgesetzter in der Beratung, im Banking, im Private Equity und bespricht dann solche Themen mit den Leuten. Und da kommt dann immer, immer mehr inzwischen. Das ist natürlich sehr, sehr cool und das freut uns dann, dass wir halt auch in diesen Sphären jetzt immer regelmäßiger unsere Leute platzieren, weil das natürlich auch von vielen das Ziel ist, eines Tages dann bei solchen Top-Adressen zu landen. Genau, wir haben natürlich auch immer wieder Leute, die praktisch dann ein bisschen später im Studium oder auch später in ihrer Reise auf uns zukommen. Denn bei uns ist es ja so, dass dann vielfach die Leute, die sehr früh zu uns kommen, auch Erfolge bereits in Bachelor-Studiengängen erzielen, die viele andere versuchen irgendwie dann, wenn überhaupt, im Laufe des Masters hinzubekommen. Genau, du hattest ja eben schon einige Beratungen, Beratungshäuser genannt, wo das diesen Monat sehr gut funktioniert. Dazu kam dann auch noch eine der Top-In-House-Beratungen von einem Automobilhersteller dazu, wo diesen Monat praktisch auch noch eine Zusage reinkam. Und ja, das ist dann natürlich schon eine ordentliche Menge. Wenn du dann noch natürlich auch berücksichtigst, dass das auch nicht immer dann jede einzelne Person irgendwie schreibt oder in dem Moment schreibt, wo sie das erzielt hat, dann haben wir da schon eine sehr, sehr ordentliche Menge und auch einfach ein Netzwerk, auf das du zugreifen kannst, wenn du bei uns dabei bist, wo du super viele Leute einfach relativ einfach kennenlernen kannst, die genau diese Erfolge erzielen und die auch typischerweise einen sehr ähnlichen Weg haben. Das heißt, wir kennen deine Ausgangssituation aller Wahrscheinlichkeit nach und haben da irgendwie auch entsprechende Erfolge nach erzielt. Genau, wenn wir jetzt vielleicht wieder so ein bisschen zurückkommen, sage ich mal, zu Personen, die vielleicht noch nicht ganz so weit sind, sondern eher auf dem Weg dahin, da ist natürlich auch immer sehr cool zu sehen, praktisch wenn jetzt Leute auch, das sind dann häufiger Leute, die auch vielleicht im Laufe des Studiums umkommen, vielleicht nicht die ideale Ausgangssituation haben, sondern wo es vielleicht so ein bisschen so ist, dass sie vielleicht auch denken, na, schwierig. Und da erzählen wir manchmal auch schon super schnell erste Erfolge, wo Leute wirklich irgendwie zwei, drei, vier Wochen teilweise gerade mal im Programm sind und sich eigentlich vorher gedacht haben, wie soll ich das denn jetzt mit meinem 2.7er, 2.8er, 3.0er Abitur und gerade vielleicht auch nicht herausragenden Noten einer soliden, aber nicht total bekannten Uni irgendwie schaffen. Und auch da schaffen wir es typischerweise sehr schnell, erste Erfolge zu erzielen. Zum Beispiel hier, ja, hat das eine Person, glaube ich, nach zwei, drei, vier Wochen im Coaching dann schon geschafft, da zwei Praktikumszusagen zu bekommen, unter anderem bei einer T3-Strategieberatung. Ja, ich meine, da hat es ja auch auf unserer Website auch zum Beispiel den einen Report, wo wir mal eine Umfrage gemacht haben, wie schnell die Leute irgendwie die einzelnen Erfolge bekommen und da war es ja wirklich ziemlich krass, dass ich glaube, über 75% der Leute innerhalb der ersten sechs Monate schon eine Praktikumszusage bekommen. Das heißt, du weißt eigentlich, wenn du zu Pumpkin kommst und ich meine, viele oder einige Leute kommen natürlich auch zu Pumpkin, gar nicht mal mit dem Ziel, direkt irgendein Praktikum zu bekommen, sondern erst mal mit dem Ziel beispielsweise, keine Ahnung, Noten zu verbessern, Spendium zu bekommen, Master zu bekommen, Karriere allgemein mal ein bisschen besser aufzusetzen, ein bisschen besser zu planen. Und das heißt, es ist eigentlich wirklich so ein Ding, dass halt durch unser System du eigentlich ziemlich garantiert eine Praktikumszusage bekommst. Das ist natürlich, wir können jetzt nicht garantieren, dass du bei McKinsey direkt eine Praktikumszusage bekommst, natürlich nicht. Aber unser System basiert eben einfach darauf, dass du die Wahrscheinlichkeit maximierst, das für dich bestmögliche Praktikum zu bekommen. Und dadurch können wir halt einfach auslaufen, weil wir machen perfekte Bewerbungsunterlagen, wir sorgen dafür, dass du perfekt auf die Interviews vorbereitet bist. Und dann haben wir halt so eine Systematik, dass wir hunderte von Unternehmen nach klaren Ratings geordnet haben. Und wenn du halt bei der einen Charge trotzdem Top-Unterlagen und so weiter bekommst du halt einfach keine einzige Einladung, dann kannst du dich einfach bei einen Ticken niedrigeren Firmen bewerben. Und so kannst du dann theoretisch immer weiter nach unten gehen, bis du auf jeden Fall Einladung bekommst. Dann weißt du, okay, das ist für mich jetzt die bestmögliche Einladung, die ich bekommen könnte. Natürlich inzwischen, unser System ist sehr versiert, weil wir das seit über vier Jahren machen, damit wir mit tausenden Leuten zusammengearbeitet haben vor dir. Das heißt, meistens ist das, was wir initial sagen, genau der Sweet Spot, sodass du da auch Einladung bekommst. Aber es ist halt dadurch durch dieses System gar nicht die Frage, bekomme ich überhaupt was, es ist einfach nur die Frage, wie gut ist das, was ich bekomme. Und das wird dann halt natürlich besser sein, als das, was du bekommen würdest, wenn du das ohne Pumpkin machst, weil du dich ohne Pumpkin natürlich nicht so gut auf die Interviews vorbereiten könntest, nicht so sicher gehen kannst, dass deine Bewerbungsunterlagen top sind und auch nicht dieses Netzwerk hast, auf das du dann zurückgreifen kannst. So, Thema Stipendien. Bei diesem Monat nichts, also da kam diesen Monat nichts rein, muss man auch mal so ehrlich sagen. Diesen Monat, kein einziger hat irgendwie geschrieben, dass er von einer großen Studienstiftung oder so ein Stipendium bekommen hat. Liegt natürlich auch daran, dass es dort klare Bewerbungsphasen gibt und wenn da gerade keine Zusagensaison ist, wie zum Beispiel im letzten Monat, dann kann man da auch keine Zusagen bekommen. Es kann natürlich sein, jemand hat irgendwie Zusagen trotzdem für irgendeine Stiftung bekommen, hat es einfach nicht reingepostet. Das ist natürlich bei über 1000 Leuten im Coaching, haben wir auch nicht den Erfolg dann von jedem immer instantly auf den Blick oder auf den Schirm, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr stark zu sehen, wie schnell sich die Leute weiterentwickeln. Ganz unten fand ich auch cool, noch eine Person, das war jetzt erst vor kurzem, hat geschrieben, ja, also steht auch an der Target-Uni, hat jetzt auch schon vorm Studium sein erstes Praktikum bekommen in der Wirtschaftsprüfung und dann jetzt im M&A für nach dem ersten, nach dem zweiten Semester jeweils ein Praktikum und hat geschrieben, er hat 400 Bewerbungen abgeschickt. Das heißt, das würde ich mal sagen, war ein bisschen Overkill, das hätte vielleicht nicht unbedingt sein müssen, aber das ist halt natürlich auch die Sache. Ich meine, viele Leute sind ja auch einfach zu faul, zu bequem, man schickt dann irgendwie fünf, sechs Bewerbungen ab und wundert sich dann, warum man irgendwie sich für den nächsten Sommer noch kein Praktikum gesichert hat. Nein, auch wenn man bei Pumpkin ist, muss man diese harte Arbeit einfach reinstecken, zu einem gewissen Maße. 400 Bewerbungen ist jetzt schon sehr überdurchschnittlich, typischerweise sind es ja 30 bis 40 Bewerbungen für die ersten Praktika, aber wenn es auch mal nicht so läuft, dann muss man einfach durchpowern und weitermachen. Und dann hat diese Person M&A-Praktiker nur nach dem ersten und zweiten Semester, studiert an der Target-Uni, wenn jetzt noch die Noten sich sitzen, dann ist es gar kein Problem, dann nach dem dritten, vierten, fünften Semester zu diesen Elite-Boutiquen, Top-Investment-Banken zu kommen. Und die Arbeit muss man einfach reinstecken, auch wenn es mal nicht so läuft. Und wenn du dieses Mindset hast, wenn du sagst, ey, mir ist das wirklich wichtig und ich bin bereit, alles dafür zu geben, einfach eine Top-Karriere hinzubekommen, dann sind wir da einfach der ideale Begleiter, damit es auch sich wirklich lohnt, deine ganze Arbeit, damit sich das auch wirklich zielgerichtet anstellt. Und wenn du da mehr Infos dazu haben möchtest, wie das alles funktioniert, wie das abläuft, gerne mal auf unsere Webseite gehen, pumpkincareers.com, da kannst du dann einfach mal über das Bewerbungsformular deine Daten angeben, dann einen Termin ausmachen für ein erstes Kennenlerngespräch. Da können wir mal abprüfen, hey, macht das Sinn, macht das zum aktuellen Zeitpunkt Sinn, dass du zu Pumpkin kommst, geben dir da auch eine erste Einschätzung, ob sich das für dich lohnen würde. Wenn du merkst, ja, das hört sich soweit gut an, dann vereinbaren wir im nächsten Schritt einen Termin für die Start-Score-Analyse. Da bekommst du dann von einem erfahrenen Career Advisor von uns für circa anderthalb Stunden die Möglichkeit, in einem Zoom-Call, also online, digital, das Programm ganz genau zu verstehen. Du wirst ganz genau verstehen, okay, was würden wir da alles machen mit dir? Was ist da alles dabei? Was haben andere Leute mit deiner Ausgangslage geschafft? Und dann kannst du für dich entscheiden, will ich das mit Pumpkin machen oder will ich das nicht machen? Wie gesagt, du findest auf unserer Website so viele Erfahrungsberichte, wir haben so viele Statistiken, wie schnell die Leute Praktika bekommen und wie viel sich die Leute ihre Noten verbessern, wie schnell die Leute das Geld fürs Coaching schon wieder drin haben, durch die Praktikumsgelder, durch die Pendeln und und und. Und wenn man wirklich sagt, man hat diese hohen Karriereziele, dann ist das eigentlich wirklich inzwischen ein absoluter No-Brainer, dazu Pumpkin zu kommen, dieses Netzwerk zu haben, diese Unterstützung zu haben, wir würden uns natürlich freuen, wenn du dann vielleicht für März 2024, Februar 2024 auch mal anonymisiert in einer dieser Podcast-Folgen auftauchst, wo wir über die kurzen Erfolge des jeweiligen Monats sprechen. Ja, das war's mit dieser Folge. Jonas, noch irgendwelche abschließenden Worte? Nein. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, dann schön, dass du dabei warst und dann bis zur nächsten Folge, bis dahin, viele Grüße aus Frankfurt, mach's gut.